In diesem Abschnitt auf Splinedale in Berlin wird der Bauer Heinrich auf Date mit Ellen Liese, ein jung Studierender auf die Startmitte. Heinrich hat ein vornehmes Sushi-Restaurant gewählt, obwohl für ihn das Gewöhnliche ist Zwiebelsteak und Kanzoffeln. So, wir müssen Sushi essen. Ja. Magst du überhaupt Sushi zu essen? Na, ich habe nie Sushi gegessen, aber ich glaubte, dass ein Mädchen als du Sushi isst. Was mit einer Wurst zu essen? Ich würde sehr gerne mit dir eine Wurst essen. Hallo, ich bin Arnold, der Wurstverkäufer. Und hier ist mein Wurstwagen. Ah, hallo Anneliese, soll es etwas Gewöhnliches sein? Hallo, Arnold, mein Freund. Hier ist Heinrich und wir wollen Wurst kaufen. Hallo, Heinrich. Ich habe die beste Wurst in der Stadt. Hallo, Arnold. Das ist gut. Wir lieben Wurst. Mh, schön. Endlich. Mh, das riecht gut. Tschüss, meine Freunde. Tschüss. Wiedersehen. Der Tag ist verüber und Blind Date in Berlin hat noch einmal ein erfolgreiches Date geschaffen. Alles gut. Das riecht gut. Alles gut. Alles gut. pickpard.